oder war das jetzt einfach der Sound gerade? Egal. Wir sind an der Stadt vorbei, siehst du da die Schornstellen in der Richtung? Ah ja. Da ist diese Stadt, wo ich eigentlich hin wollte. Aber dann sag ich, lass uns weiterlaufen. Gucken wir mal bei den LKWs ran. Jo, klar. Gehen wir mal dahin. Fahrzeuge werden überbewertet. Genau. Ein Fahrzeug. Yeah, Taxi. Oder sowas. Doch, Taxi. Taxi, yeah. Oh, da unten sind ja schon die Trucks. Sind wir schon da? Ja, wir sind echt flink, ey. Da sind bestimmt Leute, oder? Da sind immer Leute. Mal gucken, also... Bombis sind nicht da. Mit deiner Zombie-Armee da. Aber nochmal, ich werd mal kurz zelten durch den Wald pirschen. Da steht irgendwas im Wald, ne? Zelt, oder? Ey, ein bisschen vielzeiting gib ich schon, ne? Camping-Mod. Auf jeden Fall. Wenn wir's mal das Zelt angucken. Na, wo ich ja so gespannt drauf bin, ist ja, wenn der nächste Patch der richtige kommt, ähm, auf diese Skill, diese Skill-Vorteile, die du hast. Oh, ja, da bin ich auch mal gespannt. Oh, das ist leer, das in ne Zelt? Okay. Ich steh lieber zu viele Zelt für, ey. Geh du denn mal rein und ich werd mal von draußen so ein bisschen... ähm... gucken, dass da keiner... So, nur ne G17? Oh, mal hin. Ja, ne Muni bringt mehr der Revolver bis jetzt mehr, ne? Ja. Oh, ist ja vorne drin. Okay, ich bin jetzt drinnen. Okay, ich auch gleich von der anderen Seite. Checkst du die LKWs ab, dann guck ich in den Zelten nach. Jo, 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 jo. Okay, hier liegt nichts. Also nur ein bisschen Munition. Oh, hier liegt ne dicke Waffe. Oh, ja. Klingt schon gut. Oh, was dickes. Oh, was dickes. Hier sie, ähm... Ich überlege mal, ob ich den hier nehmen kann. Erstmal ne ACOG-Waffe. Ähm, 4-3 ACOG. Sauber. Oh, hier. Hier liegt noch eine. PKM-Munition habe ich hier. Okay. Aber bei mir kannst du dir noch ne gute Standard-Waffe abkunden, ne? Ähm... Oh, scheiße, komm ich. Auch hat mich zwecht getroffen. Ähm... Oh, scheiße, komm ich. Auch hat mich zwecht getroffen. So. Oh. Kann man auch schon verbinden. Okay. Wo war die, die du da gefunden hast? Ähm... Hier vorne, ähm, beim vorderen LKW. Geht zum Missen mit. Hier, wo ich jetzt bin. Okay. I'm coming. Okay. Ich lauf mal ein bisschen durch die Zelte durch hier. Hm. Oh, hier geht's gar nicht raus. Hm. Viele Zelte, die hier hingeballert haben, ey. Ja, ne? Krass. Echt. Hm. Ah. Oh, shit. Hast du die Waffe? Noch nicht. Zombie ist noch... M4-1-Holo, ne, ist das? Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ob irgendwas, äh, standardmäßiges ist. Ah, leko mi, oder? Ich heißt Zombie. Was hat die mich auch noch getroffen? Mah. Äh, ich flüchte mal grad in die Scheune da hinten rein. Jo. Boah, war sogar ein Magazin dabei, cool. Kacke. Muss gut schießen. Okay. Bam, bam. Ne Winchester. Ah,ansa. Der Bob macht erstmal alle Zombies klar. Oh. Oh, Heli? Das stimmt. Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. Es stimmt, wenn es nicht mehr chess ist, das stimmt. Ah, das stimmt nicht. Ja. Ja, die fliegen über uns wieder hinlegen. Okay. Warum bauen die so viele Zelte hin? Alter Jackpot. Hier ist ein Zelt mit einem Haufen Scheiß drin. Waffen ohne Ende. Und wo bist denn du? Ähm, nur vorne, Tankstellenseite, ganz links. Außen. Steht ein Zelt. Alter. Hier ist echt alles drin. Ah, okay, ich bin da. Guck dir das mal an. LOL. Ja, LOL. Oh, warte mal, ich muss mal hier hinter. Oh, Scheiß-Tombies. Ich bin da drin. Geh, guck mal an. Geh, guck mal an. Geh, geh. Doch, oooh. Oh, verdammt. Okay. Okay. Okay, oooh. Aber, 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 okay, muss er weg. Ja, wir müssen mal kurz weg. Boah, wer legt denn da das ganze Zeug rein? Na gut, aber du hast nur Waffen ohne Munition großen Teil jetzt. Ja, ja, das stimmt, ja. Aber man hat erstmal die Waffen. Ja. Na, aber da würde, legst du deine CCO weg, oder? Ah. Weil da gab's ja eh eine mit, äh, dieser AROC, oder wie sie sich nennt, oder mit RC, äh, RCO. Die ist ja um einiges geil an, ne? Ich guck mir das grad noch mal an. Ah, okay. Oh. Ich würde nur mal ihn noch mitnehmen. Was haben wir denn hier? Ach, die M16 A4 meinst du, wa? Äh, die M16 A4. Ne, die, ähm, M4 A1, äh, und die, ah doch. Ja, die, ja, die ACOG, ACOG-Waffe. Die ist nicht schlecht, stimmt. Oh, schon wieder. Der mag dich. Aha. Aber keine Munition drin, wa? Ah, warte mal. Aber du hast doch einen Standard-Kneckerstuhl, oder? Ne, die Frist um was anderes. Ja, die Frist auch Standard. Dachte ich ja nicht auch, aber hab null Munition. Oh, da ist das ne SD-Waffe. Äh. Oder die hat DMR Munition, aber, ne. Äh, ne, warte mal. Das ist weg. Halt das mit... Ah, ich hab das bestimmt mit reingelegt, wo ich die andere grad genommen hab. Ach so. Oh. Oh. Road Flares. Ja, okay. Ne. Ne. Brauchen wir nur ein bisschen Standard-Movition, ne? Wir sollten echt mal die ganzen Zettel hier richtig abchecken, ne. Was hast du dir für inne gekreilt? Äh, ich hab mir eh mal die... Ich hab vorhin noch eh ne ACOG-Waffe gebrannt. Okay. Und, ähm, dann hab ich mir jetzt so noch, äh, diese ENA Arcada, die schwarze, mit dem Holo-Visier gekreilt, weil dafür hab ich noch fünf Magazine. So. So. Wo sind wir denn noch mit M4? Oh. Wird noch mal kurz hinten in den Wald reingehen, mal gucken, ob da noch Zettel stehen. Oh, hier steht eine Storchbox. Oh, cool. Entschuldigung. Äh, ein... was das? Äh, SA-61-Mech. Und... Das war's schon. Okay. Oh, hier hinten ist noch eine versteckte Storchbox. Da ist jetzt der Imbalut drin. Naja, ich glaube, den Imbalut, den nimm sie mal mit, aber... Wär eben echt cool, wenn da ein bisschen was drin ist, oder? Ah. Ne, MP5 ist hier. Ne, ist nichts drin. Naja, aber ich mir nur so, ne, hatte ich mal gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Ach, die werden die Zelte ja immer nehmen, um die ganzen Schrott und so auszulagern, ne? Naja, damit sie sich ihren Inventar bepacken und dann kannst du's ja schneller leer machen, wisst du? Aber warum dann jeder so sein eigenes Zelt hier entstellt? Ja, keine Ahnung. Ja, gut, gut. Na ja, gut, gut. Oh, ne schöne Sniper, also... Hm, sehr gut. Na ja, gut, schön ist anders, aber immerhin das Sniper. Hier ist noch ne M16 Ah ne Quatsch Ist ja meine Schon gut Okay Ich wäre dann fertig Ich bin jetzt wieder hinten raus Bei der Scheune gleich Dann geh mal in die Scheune rein In die rote oder in die große In die große Willst du mir jetzt erschießen? Nein Da drüben läuft der Bleib mal kurz stehen So in dein Pack Nur noch zweimal Platz Erreicht reicht reicht Ich hab dir mal was ins Pack reingelegt Oh Stanak Genau Dann kriegst du meine Dann kriegst du meine zwei Stanak Max Weil dann nehm ich die AK Da hab ich fünf Magazine Aber wisst du Oh ok Auch nicht So haben wir beide Munitionen Gute Ach wie kann ich das jemals wieder gut machen Wird sowas geiles sehen Pass auf Was ist denn das für eine Waffe Geil oder? Ne AK mit Granatwürfer Geil Ah stimmt Die hab ich mal bei Stefan glaub ich gesehen Irgendwann mal Die fand ich auch ziemlich cool Ja Wollen wir los? Ziehen wir weiter Ziehen wir weiter Ich würd sagen Nächster Nächster Halt dann Bei den großen Erfied oder? Jo Genau Hast du noch genug Trinken und Fressen? Ich hab noch was ja Oh meine Frames Geh jetzt aber Was ist denn jetzt los? Ok geht wieder Ah ok gut hier Ich brauch noch Andagen sind mir ein bisschen rar gewohnt Also Junge Ich Ich